Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Eisenruhnenkonstrukte und Du, Täuschung, anzunehmen bei Wald, im heulenden Fjord, an dieser Position. Vor Quest war Eisenruhnenkonstrukte und Du, Daten sammeln. Ich nehme die Quest auf, während des Patches 9.2.5, bin aber davon überzeugt, das Video hilft euch auch in WDLK Classic. Hier diesen Tisch anklicken, dann die Sprechblase. Ich habe übrigens auch einen Twitch-Kanal, Link dazu findet ihr in den Kommentaren. Würde mich freuen, wenn ihr mich besucht. Nun dürft ihr euch hier auf diesen Teppich stellen und die 1 drücken. Und das war's auch schon. Um die Quest abzugeben, müsst ihr das Konstrukt verlassen, zum Beispiel durch diesen Knopf oder diesen. Der könnte woanders bei euch sein, im Interface. So, ganz leicht, oder? Quest ist abzugeben bei Wald, im heulenden Fjord, in dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnier-Knopf ein. Außerdem, nicht vergessen, in den Kommentaren, Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich freue mich auf euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.